Svenja, ich freue mich, dass wir das jetzt hier gemeinsam machen. Wir wollen darüber sprechen, was es denn mit diesem MeinZiel22, Hashtag MeinZiel22 auf sich hat, wer diese Corporate Learning Community überhaupt ist und wenn jemand daran teilnehmen möchte, wie das geht, kostet es was, wo findet es statt, wo finde ich Leute, was habe ich selber davon? Und da freue ich mich, dass du mir dabei hilfst, jetzt da so ein paar Fragen zu beantworten. Ja, genau, darum geht es. Ich freue mich auch. Von mir aus können wir direkt starten und erstmal darüber aufklären, was ist denn überhaupt die Corporate Learning Community? Genau, wer ist das? Genau, also die Corporate Learning Community ist ein nicht kommerzielles Netzwerk, ganz wichtig, von Corporate Learning Professionals, also Personen, die Bock haben, sich mit dem Thema Lernen in Organisationen auseinanderzusetzen und vor allen Dingen auch das Thema Lernen in Organisationen voranzubringen. Hin zu einem Lernen, das ein selbstgesteuertes Lernen sein soll. Genau, und ja, die Corporate Learning Community hat sich ein paar Ziele gesetzt. Wir wollen hier nicht in Hierarchien arbeiten. Wir sind alle auf dem gleichen Level, arbeiten hier ohne Hierarchien. Und genau, das sind wir. Im Prinzip kann jeder mitmachen. Jeder, der Lust hat, sich mit dem Thema Lernen auseinanderzusetzen. Und wenn ich sage, ich will mitmachen, also ich will jetzt in der Community dabei sein, wo ist das dann oder wie brauche ich dann ein T-Shirt, auf dem draufsteht Corporate Learning Community oder wie mache ich das? Genau, es gibt keinen gesonderten Ort per se. Wir veranstalten jährlich im Zyklus immer wieder Veranstaltungen wie zum Beispiel Corporate Learning Camps oder eben jetzt hier dieses Jahresprojekt, mein Ziel 22. Und wenn man Lust hat, daran teilzunehmen, in dem Moment, wo man sagt, ja, ich bin dabei und mache mit und möchte mich hier einbringen und mein Wissen vor allen Dingen einbringen, in dem Moment bist du Teil der Community. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dieses, was du gerade gesagt hast, dabei sein, um Wissen reinzugeben. Also das ist kein dabei sein, um für mich oder für irgendwas Werbung zu machen und genauso nicht nur, um irgendwie was rauszuziehen, sondern es ist wirklich ein Netzwerk, eine Community, wo alle, die daran teilnehmen, die irgendwas davon haben möchten, auch gerne sozusagen was dazu beitragen können. Genau, richtig. Davon lebt es. Das ist ein Geben und Nehmen, sondern nicht nur ein Konsumieren, sondern wir wollen hier gemeinsam Wissen teilen und gemeinsam uns weiterentwickeln. Und das Social Media zu Hause, also es gibt ja mehrere Netzwerke, auf denen die Corporate Learning Community aktiv ist. Das ist wahrscheinlich hauptsächlich Xing, glaube ich, aber auch Twitter, Facebook und LinkedIn. Also man wird dort überall mit dem Hashtag CLC zum Beispiel was zur Corporate Learning Community finden. Fallen dir noch weitere Hashtags ein, die wir erwähnen müssten? Da sind wir irgendwie auch relativ kreativ, aber Corporate Learning Community kommt man auf jeden Fall weit. Und jetzt in dem Falle mein Ziel 22 wäre es dann der Hashtag mein Ziel 22. Aber genau, das sind die Plattformen, über die wir uns austauschen. Und wie du schon erwähnt hast, wir haben auch eine Gruppe auf Xing, auf denen wir uns austauschen. Und natürlich auch der Corporate Learning Community Newsletter, über den du dich gerne anmelden kannst. Wenn du auf die Website gehst, coolearn.de, ist das dort recht präsent, wo du siehst, wo du dich da zu dem Newsletter anmelden kannst. Und dann siehst du eben, wann die Veranstaltungen stattfinden. Das ist das einmal das große Netzwerk. Und dann gibt es noch regionale Corporate Learning Communities, die du auch alle finden kannst. Und dann siehst du, wer dort dein Ansprechpartner ist in deiner Stadt. Im Übrigen findet ihr alle Links, über die wir jetzt reden, auch hier direkt unter dem Video. Also sowohl das coolearn.de, wir werden auch den Link zur Xing-Gruppe hier runter teilen und zu den relevanten Kanälen bei Social Media, wo ihr entweder beitreten könnt oder folgen könnt. Aber jetzt haben wir schon mehrfach gesagt, Hashtag mein Ziel 22. Weil wahrscheinlich seid ihr über das mein Ziel 22 jetzt hier zu diesem Video gekommen, weil ihr das irgendwo gelesen habt und habt irgendwo gehört, da findet irgendwie so eine Aktivität statt, an der man auch irgendwie teilnehmen kann. Was ist das denn, Svenja? Was ist mein Ziel 22? Was habe ich davon, wenn ich daran teilnehme? Und was ist das überhaupt? Ja, da kann ich gerne was zu erzählen. Also wie schon erwähnt, mein Ziel 22 ist unser Jahresprojekt, was wir dieses Jahr haben. Und zwar geht es darum, dass wir alle, die da draußen sind, ermutigen wollen, sich ein Ziel zu setzen und es auch wirklich zu erreichen. Denn wie das manchmal so ist, man setzt sich im Dezember diverse Ziele, die man nächstes, nächstes Jahr erreichen möchte. Und dann geht es los und dann hat man das Ziel auch schon wieder vergessen. Und damit das möglich ist, dass ihr alle eure Ziele erreicht, haben wir gesagt, wir verkürzen mal den ganzen Rahmen und verkürzen die Lernreise auf einen Quartal von Januar bis Mai. Und das Ganze wollen wir gerne begleiten. Was heißt in diesem Falle begleiten? Wir wollen euch gerne dazu ermutigen, dass ihr euer Ziel öffentlich macht und öffentlich teilt. Und was habt ihr davon? Klar, wenn ihr euer Ziel jetzt öffentlich macht, springt vielleicht jemand auf und sagt, boah, ich habe genau das gleiche Ziel und dann könnt ihr euch zusammentun, habt die geballte Power und dadurch wird es einfach viel, viel einfacher, dass wir gemeinsam unsere Ziele auch wirklich erreichen. Und es macht definitiv Sinn, daran teilzunehmen, wenn ihr sagt, ich möchte mir was vornehmen, wo ich jetzt vielleicht nicht einfach einen klassischen Kurs besuchen kann oder möchte, wo ich einfach mal selbst ein Ziel selbst gesteuert versuche zu erreichen. Also hast du schon eins oder magst du sagen, was dein Ziel ist? Oder bist du immer noch am Erolieren? Die diverse Ziele im Kopf und bin auch schon sehr inspiriert von den Zielen, die dort draußen sind. Einerseits kursiert schon das Thema Storytelling, mit dem ich mich schon lange auch selber beschäftige. Dort gibt es auch schon eine kleine Gruppe, der ich mich eventuell anschließen möchte. Ah ja, okay. Mal schauen. Und du? Ja, bei mir wird es auf jeden Fall, geht es um moderne Technologien, die jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten immer interessanter und lauter wurden. Also alles, was mit dem Thema Blockchain zu tun hat, mit dem Thema, was sind NFTs, wie funktioniert es überhaupt in diesen Kryptowährungen, da habe ich bisher noch null Erfahrung. Und ihr hört jetzt daran, das ist noch kein Ziel. Also das ist jetzt noch nichts, was ich irgendwie erreichen kann. Klar kann ich sagen, ich möchte mich mit NFTs beschäftigen. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet euch selbst ein Ziel überlegen, das mit irgendeinem aktuellen Thema zu tun hat, das für euch, für eure Arbeit irgendwie relevant ist, dann könnt ihr euch natürlich auch überlegen, wie wird aus dem Thema dann ein Ziel? Und da wird es auch mit Sicherheit in dem Podcast, den es geben wird, einiges an Informationen geben. Da wird es sicherlich in der Kick-Off-Veranstaltung einiges an Informationen geben. Und auch die Menschen, mit denen ihr euch vernetzt, wenn ihr da mal schaut, was haben die so für Ziele aufgeschrieben, was steht da? Wichtig ist, dass das Ziel irgendetwas Aktives beinhaltet. Also sprich, dass ihr sagt, wenn ich mir ein Ziel setze, dass es darum geht, tatsächlich etwas zu tun. Also wenn wir jetzt Svenja als Beispiel nehmen mit dem Storytelling, dass sie nicht nur sagt, ich habe darüber was gelesen, sondern dass sie möglicherweise sagt, ich habe in meinem Umfeld einen Kurs, zum Beispiel einen E-Learning-Kurs, hinsichtlich der Geschichte so ein bisschen gepimpt, beispielsweise, und habe da die Erfahrungen, die ich in meiner Lernreise gesammelt habe, dann tatsächlich anwenden können. Genau, ganz richtig. Also es kommt auf das Tun drauf an. Also es geht jetzt hier nicht darum, uns unter Druck zu setzen, sondern wir wollen Dinge an den und den Parametern messen, sondern wirklich, was kommt raus am Ende des Tages. Also wo wollt ihr stehen, wo wollt ihr ins Tun kommt. Genau. Wie du schon sagtest, zum Thema Ziele kommt noch sehr, sehr viel Input, aber dennoch können wir vielleicht schon mal vorab nehmen, es gibt auch so eine kleine schöne Vorlage, die ihr auch nutzen könnt, um euer Ziel zu teilen, die wir nachher auch noch mal hier anblenden werden, wo ihr, wo das ganz schön rauskommt, wo ihr einfach sagt, was ihr erreichen möchtet und was soll am Ende rauskommen. Genau. Ja, das wollte ich gerade noch mal gerne dazu sagen, weil wir vielleicht noch mal kurz darauf eingehen können, wie ihr, oder ja, was wir vorschlagen würden, wie genau ihr euer Ziel teilen sollt, könnt und wo das Ganze stattfinden soll. Mhm. Genau. Teilen könnt ihr das idealerweise auf dem Co-Learn-Blog. Da kann jeder, das hat ja so eine Creative, das ist Creative Commons Lizenz, da kann jeder, der möchte quasi was schreiben und dann könnt ihr da einfach einen Kommentar schreiben oder ihr schreibt einen Beitrag. Das ist mein Ziel, so möchte ich das zum Beispiel angehen. oder ihr nehmt diese Vorlage, die dann nachher hier eingeblendet sein wird und macht davon quasi ein Screenshot und teilt es beispielsweise in irgendeinem Netzwerk, in dem ihr aktiv seid, sei das jetzt Twitter, Facebook, LinkedIn, Xing und so weiter, um zu zeigen, ich mache hier mit bei mein Ziel 22 und dann werdet ihr wahrscheinlich auch wieder drauf angesprochen werden, was machst denn du da, wo machst du da mit und dann könnt ihr dir ja gerne auch das Video hier verweisen, dann müsst ihr nicht alles erklären. Denn eine Frage, die natürlich dann auch bestimmt viele beschäftigt ist, okay, wie sehen dann jetzt die Rahmenbedingungen aus? Also kostet es was? Wie lang dauert es? Wie lang findet es statt? Die erste Frage beantworte ich gleich. Das kostet natürlich nichts, außer eure Zeit oder einen Aufwand. Aber ihr werdet dann natürlich auch nach diesen drei Monaten sagen können, hoppla, da ist ja richtig was passiert. Vielleicht möchtest du was zu den zeitlichen Rahmenbedingungen sagen, Svenja. Ja, gerne, genau. Also der Hauptzeitrahmen, den hatten wir ja schon genannt, ist der 17.1. bis zum 25.5. und zwar findet jetzt erst mal am 17.1. der Kick-Off statt, wo sehr, sehr viele Informationen schon mal auch gestreut werden. Im Prinzip das, was wir euch gerade mit auf den Weg geben, worum geht es überhaupt? Dann habt ihr etwas Zeit, euer Ziel wirklich, sich darüber Gedanken zu machen, wie soll das Ganze aussehen? Und das besprechen wir dann nochmal in der Auftaktveranstaltung am 21.2., sodass ihr dann Zeit habt, es wirklich zu finalisieren bis zum 25.2. und dann wollen wir auf eurer Lernreise gerne nochmal zusammenkommen an zwei Boxen-Stops, an zwei Terminen. Das ist einmal der 28.3. und 25.4. und dann das letzte Datum in unserer Lernreise wäre dann der 25.5., wo wir dann alle zusammenkommen im Rahmen des Corporate Learning Camps und dann nochmal darüber sprechen, was wir alle gemeinsam erreicht haben. Ein anderes Thema zu den Rahmenbedingungen, ja, das Ganze hier ist natürlich kostenlos. Dennoch würden wir euch gerne bitten, dass ihr euch auf Xing zu dieser Veranstaltung anmeldet. Dafür braucht ihr auch keinen Xing-Account. Einfach deshalb, damit wir alle wissen, wer ist überhaupt alles dabei und dann wirklich auch die Zahl der Teilnehmer schwarz auf weiß haben. Und ein weiterer Vorteil davon ist, dass ihr dann auch direkt die Information zu den Veranstaltungen dadurch zugespielt bekommt durch diese Teilnahme an dem Event. Den Link zum Xing-Event findet ihr natürlich auch hier. Also wenn ihr jetzt nach dem Video sagt, ja, ich will dabei sein, dann könnt ihr euch da eintragen und dann wissen wir, jetzt ist es quasi einer oder eine mehr. Und damit wir so einen Überblick behaben, wie viele Leute nehmen jetzt tatsächlich daran teil, wie es eben bei einem sogenannten MOOC so schön ist, wer den Begriff MOOC nicht kennt, es ist ein Massive Open Online Course. Richtig? Ja, habe ich richtig im Kopf. So, was ist jetzt dann hinterher? Also wenn ich am 25.05. sage, oh, ich hatte jetzt irgendwie gar nicht so viel Zeit, mich damit zu beschäftigen, ich habe mein Ziel irgendwie nicht erreicht oder ja, ich habe vielleicht jetzt so ein paar Blogposts gelesen zum Thema Krypto, aber bin irgendwie nicht weitergekommen. Was ist dann? Was rufst du denn an? Da geht die Welt nicht unter, das Ganze hier ist freiwillig und so wie ich das sehe. Jeder Anfang ist ein Erfolg, selbst wenn du dich nur, nur ein Artikel zu dem Thema gelesen hast, hat es dich in einer gewissen Weise vorangebracht, du hast dich ausgetauscht und selbst wenn du das Ziel jetzt nicht im Mai erreicht hast, dann sei es eben Mitte des Jahres. Also jeder Anfang ist ja auf jeden Fall ein Erfolg. Also ich würde sagen, einfach starten und mitmachen. Das ist die halbe Miete. Und dann nicht nur einfach starten und mitmachen, sondern auch möglichst schnell vielleicht Leute finden, die ein ähnliches Ziel haben wie ihr. Das kann man auch noch gleich dazu sagen. Also wenn ihr euer Ziel auf kohlein.de teilt zum Beispiel oder wenn ihr eure Ziele auf irgendeinem der sozialen Kanäle teilt, dann bin ich mir sicher, dann werdet ihr entweder Mitstreiter und Mitstreiterinnen finden oder vielleicht auch andere Leute, die sagen, oh, das ist ja ein spannendes Thema. Was machst du da? Wie machst du das? Also vernetzt euch mit all denen, die sagen, ja, da will ich auch dabei sein, da will ich auch mitmachen. Und das Entscheidende ist, da wird ja quasi nichts vorgegeben, so wie das bei einem selbst organisierten und selbst gesteuerten Lernprozess nun mal so üblich ist. Das bedeutet, ihr habt auch die volle Macht und die volle Verantwortung, wie das in eurem Bereich abläuft. Wenn ihr sagt, ich gründe jetzt irgendwie eine Krypto-Gruppe, die sich einmal in der Woche trifft, damit wir gemeinsam irgendwelche Sachen lesen, diskutieren, uns mit Leuten austauschen, die sich in dem Bereich auskennen, super. Wenn ihr sagt, ich möchte einmal am Tag irgendwo was nachlesen oder recherchieren, auch gut. Wichtig ist, so wie selbstgesteuertes und selbstorganisiertes Lernen nun mal funktioniert, das heißt nicht, dass ihr es alleine machen müsst, das heißt nur, dass ihr diejenigen seid, die diese Verantwortung ergreifen und daraufhin sich eben ihren eigenen Weg suchen und daraufhin schauen, wie mache ich das am besten. Genau, das waren sehr, sehr ermutigende Worte, würde ich mal sagen. Und genau so ist es. Also gemeinsam Lernen macht doch sowieso am meisten Spaß, also zumindest mir. Also ja, sucht euch gerne Gruppen, bündelt eure Kräfte und dann kommt da bestimmt was ganz Tolles bei raus. Jetzt geht es für euch quasi so weiter, je nachdem wann ihr das Video natürlich anschaut. Wenn jetzt schon Mitte Mai ist, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen spät, aber wenn ihr das Video relativ bald, nachdem wir es veröffentlichen werden, anschaut, dann ist mit Sicherheit zu dem, das muss ich gerade selber gucken, bis zum 21. Februar noch ein bisschen Zeit. Also wenn ihr das Video zwischen dem 17.1. und dem 21. Februar anschaut, dann ist es super, weil dann habt ihr noch genug Zeit, um so ein bisschen brainzustormen, zu überlegen, was könnte so ein Thema für mich sein. Guckt einfach mal auf co-learn.de, was gibt es schon, was machen die Leute? Oder vielleicht habt ihr eh schon länger was auf irgendeiner Liste stehen. Oh, das würde ich unbedingt gerne mal umsetzen. Mir hat aber bisher zum Beispiel der Rahmen gefehlt. Und das kann alles eine super Möglichkeit sein, damit ihr dann eben am 21. Februar mit eurem fertigen Ziel bei der Auftaktveranstaltung dabei seid. Und dann können wir das gemeinsam sozusagen lostreten. Genau. Also, ich würde sagen, hast du noch offene Fragen? Ich habe, glaube ich, keine offenen Fragen mehr für, wenn ihr noch Fragen habt. Guter Punkt, gute Frage. Wenn ihr noch Fragen habt, ihr könnt natürlich hier die Kommentarfunktion nutzen. Das werden wir auch sehen. Die Kommentare werden mit Sicherheit auch moderiert werden. Es gibt im Übrigen ja auch einen Corporate Learning Community Slack Channel oder einen Slack. Da werden wir auch hier den Link dazu teilen, wenn ihr euch da vernetzen möchtet. Aber ansonsten ist das alles eben sehr fluide, also wo ihr euch vernetzen möchtet. Aber kommt gerne auf uns zu und stellt uns Fragen. Wir werden auch unsere beiden oder mindestens eins unserer Profile hier drunter verlinken. Mein Lieblingskanal ist LinkedIn. Wie ist es bei dir? Worüber willst du am liebsten kontaktiert werden? Auch LinkedIn. Darüber werde ich auch wahrscheinlich mein Ziel teilen. Also, wie gesagt, jeder hat da so seinen persönlichen Lieblingskanal, den er gerne nutzt. Und dann schaut ihr einfach, wo ihr euren Netzwerk am besten erreicht. Aber dann haben wir ja schon mal hier festgelegt, uns beide erreicht ihr am besten über LinkedIn. Genau. Gut, dass du das sagst mit Slack. Sorry. Genau. Und ja, wenn ihr das vor dem 17.01. schaut, auch sehr, sehr gut. Denn am 17.01. nehmen wir uns dann nochmal Zeit und wollen auch die Zeit haben, auch nochmal gemeinsam in Breakout Rooms zu gehen. Also, vielleicht findet ihr direkt am 17.01. eure Partner oder Partnerin. Also, lohnt es sich, dabei zu sein. Und auch sonst ist es nicht zu spät. Also, auch nach dem 21. Februar im Übrigen könnt ihr immer noch teilnehmen. Es ist ja dann noch ein bisschen Zeit bis zum 25. Mai. So oder so, wir wünschen euch alles Gute dabei. Also, viel Freude beim Lernen, viel Begeisterung beim Vernetzen. Und hoffentlich findet ihr dann die richtigen Quellen, die richtigen Erlebnisse und die Leute, mit denen ihr das gemeinsam tun möchtet. Dafür wünschen wir euch von Herzen alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns dann irgendwann auf dieser Reise mal begegnen. Da schließe ich mich an. Danke euch. Tschüss.